Danke. Das erste Mal auf dieser Bühne. Es wird noch weiter mit der Überraschung. Genau, du bist also jetzt kulinarisch bestens versorgt. Ja. Aber Stefan, jetzt gibt es noch einen großen Löffel voll Musik. Und zwar angerichtet von unserem Alphonse Schubeck und von uns beiden. Das ist jetzt ein absolutes Geheimdienst. Da musst du jetzt zuwachen. Die Gitarre kommt schon. Die Gitarre ist da. Du spielst Gitarre? Du sagst ganz ehrlich, ich habe mit 18 Jahren aufgehört. Und seit der Zeit habe ich nie mehr eine Gitarre in der Hand gehabt. Na, viel Spaß. Jetzt habe ich da hinten drei Minuten probiert. Jetzt habe ich gleich geblasen, aber das bringe ich schon hin. Ah, das kriegen wir schon. Alphonse, den richtigen Ton brauchen wir nun? Das ist dein Ton. Ja, wunderbar. Wir beide, wir fahren Auto, das ist ja sonnenklar. Doch mit dem Auto putzen haben wir es nicht, das ist wahr. Doch kennen wir da einen, der macht das echt perfekt. Und wie wir ihn erzaubern, da gibt es ein Rezept. Alphonse, du kennst das Rezept. Man braucht ja nur fünf Kilo, kann man Fröhlichkeit. Drei Liter Schaum, vier Löffel Mut und Herzlichkeit. Ne Krise wird so cool als nen Schuss Ehrgeiz aufs Tablett. Dann wäre es schon nahezu komplett. Noch zu erwähnen, sei dann noch Spontanität. Fünf Handvoll Offenheit und viel Loyalität. Das alles gut vermixen, da wird das Beste draus. Und schon kommt klein Stefan raus. Ja, jetzt wünscht sie, bestimmt jeder von uns, genau so einen Stefan zu Hause, den man sich kocht. Aber ganz so leicht jetzt dann doch nicht, gell, Alphonse? Na, so Zeitung. Wenn man sich dazu jetzt mal so denkt, das ist doch gar nicht schwer. Wir machen uns den Stefan, von dem soll's geben mehr. Da müssen wir gestehen, das wird nicht funktionieren. Denn ihn kann man nicht kopieren. Aber ein gutes Rezept haben wir, Alphonse, geil? Ja. Man bräuchte nur fünf Kilogramm an Fröhlichkeit, drei Liter Scharm, vier Löffel Ruhm und Herzlichkeit. Ne Krise wird so cool als doch, das wird alles nix. Denn unser Stefan gibt's nur einmal, das ist fix. Wir drei, wir können zu dir sorgen. Danke Stefan. Du bist und bleibst ein Hitler.